Und ähm, da meine erste Race gemacht habe so. Ich mein, ich bin da so ein bisschen so ein bisschen näht sich, weil ich bin mit F1 gesessen angefangen, auch wenn ich dann eher so der Solo-Zocker war. Aber es hat halt Spaß gemacht, so ähm... Und hatte halt... Ich kann dieses Erstlings von Anfang an... Komm, wir machen den mit Dunkel-Trinker. Ich mein, ich kann am Anfang an dabei sein. Ich bin wirklich nervig.